Okay, Leute, es geht weiter. Boah, ich war kurz davor, diesen Macker zu töten. Oh, das war knapp. Jetzt komm. Okay. Übertreibt doch gleich Macker. Habe ich jetzt ihn gesiegt? Nein, ist klar. So leicht ist es ja auch nicht. Wieder. Muss mein verdammtes Leben mal sehen. Verdammt. Inhalt. Ich brauch wieder Kekse. Bin kekseüchtig. Verdammt. Okay, es geht weiter. Ich kann mich nicht heilen, anscheinend. Anscheinend muss ich dann so gewinnen. Verdammt. Okay. Ja, ich habe die Katze schon gesehen. Die Katzin habe ich schon gesehen. Mutiertes Farbewesen. Ist schön für das. Was? Warte, kann ich eigentlich keine Kombi machen aus dem Waffen? Okay. Waffen. Inhalt. Ich mache eine Kombi aus den einen Waffen und einer anderen Waffen. Da kommt irgendwas Gutes raus. Hä? Ich dachte, das war auch auf 68. Aber egal. Ähm. Linke Hand. Okay, jetzt habe ich ein Schwert. Und das. Verdammt. Und? So. Ähm. Okay. Okay. Es geht weiter. Oder wartet. Okay, jetzt geht es weiter. Ich musste kurz was drücken. Ich habe eine wichtige Sache vergessen, die ich nicht gemacht habe. Einscannen. Ähm. Okay, das hat sich erledigt. Ich muss jetzt erst einscannen, dann kann ich vielleicht das schwächen und danach... Ah. Stimmt. Ich bin der Allmächtige. Ich kann alles ändern, was ich will. Hm. Okay. Wenn das so ist... Komm her. Verdammt. Okay. Das habe ich jetzt gemacht. Er übertreibt doch gleich hier. Ich bin der Allmächtige. Äh. Schaut ihn rein. Wartet. Okay, es geht weiter. Ähm. Was kann ich da bei ihm reinlassen? Ich muss irgendwie krank machen, oder... Warte mal. Warte. Nein, 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 nein. Den Charaktere. Ich kann den Spiel... Ich kann den besiegen. Ich weiß jetzt wie. Ach, nicht das hier. Nicht das. Nicht das. Ah, das Walddings brauche ich da. Das kommt hier rein. Das kommt auch hier rein. Sarkastischer. Okay, er ist böse. Ähm. Okay. Jetzt wieder zurück. Jetzt brauche ich das Walddings da hier. Und... Monster. Ähm. Okay. So. So. Fick dich. So. Und so. Kommst du hierher? Okay, das Fabelwesen jetzt... Ist jetzt ein... Wald... Ähm. Waldfabelwesen. Jetzt wisst ihr, was ich vorhabe, oder? Schwert. Nicht dieses Schwert. Genau, dieses Schwert werde ich jetzt ausrüsten. Und dann werde ich ihm diese... So doll in die Fresse polieren, dass... Dass er nicht mehr aufstehen kann. Verdammt. Geh, komm. Du bist jetzt ein Walddings. Dann bist du anfällig gegen meine Feuerdings hier. Okay, er ist sehr anfällig dagegen. Weil mein Leben ist trotzdem wenig. Verdammt. So, 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 so. So, so, so. Okay, das war eine gute Idee von mir. Okay, jetzt aber... Okay, er hat dann... Okay, okay, okay. Verdammt, der Boss ist schwer. Ja, ich habe schon was gedacht. Ein mutiertes Fabelwesen. Schön für das. Ey, das ist doch ein Witz. So. Wieso auf einmal 73 nur? Wieso auf einmal nur 73? Da war das doch 84 oder nicht. Ah, jetzt auf einmal. Okay, so, so, so. Okay, merke ich mir, wenn er erst mal schreit... Da kommt so eine komische Attacke von ihm. So. Verdammt. Und so. Geschafft! Jetzt war eine gute Idee, dass ich es geschwächt habe. Und ich kriege Gold. Gold, ja. Westlicher großer Baum. Das haben wir geschafft, super. Weiter so. Und? Ähm, Buchanstieg. Anfrage zu deiner neuen Welt. Der weite Himmel über dir. Wie soll er der... Wie soll er in deiner Welt sein? Komm, lass sie uns beantworten. Du kannst auch später antworten. Ahm. Wie soll er denn sein? Das ist eine Frage aus dem Buch. Wie wird die nächste Welt aussehen? Diese Frage musst du beantworten. Ich habe es bisher noch nicht erwähnt. Aber du weißt schon, wie das geht, oder? Büro einen Code und ziehe ihn hinüber, wie ihr gehabt habt. Die Frage des Buches bleibt dort, sodass es immer ändern kannst. Durch einen Code-Scan dieser Tafel war... Okay, es geht weiter. Durch einen Code dieser Tafel stärkt sich deine Verbindung zum Buch und Informationen werden erneuert. Mit anderen Worten, es wird stärker, um deine GP sowie MB steigen. Jetzt versuche einen Code-Scan daran. So. Okay, mein MB... Ah, ich habe Leben dazu bekommen. Hm, okay. Ich lasse es jetzt mal so. Inhalt... Neue Welt. Schöpfungsfrage. Okay. Das speichern wir aber trotzdem mal ab. Dankeschön. Das haben wir jetzt abgespeichert, oder? Daten wurden jetzt gespeichert. Super. Okay, jetzt können wir durchgehen irgendwo. Durch den Baum da. Aber ich werde irgendwie mal wieder zurück und irgendwas nachgucken. Ja, ich weiß. Verdammt. Der wird erst mich nicht durch. Kann ich bestimmt auch nicht dahin. Ich wusste es. Okay, aber mein Leben ist gestiegen. Das ist was Gutes. Dann gehe ich mal in den Baum. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Ähm... Tut mir leid, wenn ihr meinen Bruder gehört habt. Er hat die Schuhe auf den Boden geworfen, ohne mich zu fragen. Aber was soll man machen, wenn er einfach in den Raum kommt? Ich vergesse es mir jetzt einfach. Und... Oh, das ist das gleiche, wie er es Rampo hat. Okay. Was ist jetzt los? Hä? Sexy. Sexy. Huh, Rampo! Muss eine Ewigkeit her sein? Also ist das... Also ist das... Der... Was ist... Also ist das... Der... Hä? Also ist das Buch der Berufszeigung hier? Achso. Das würde dann wohl, dass das Ende nahe ist. Ich war mir sicher, dass es noch seine Zeit dauern würde. Du hast recht. Es fühlt sich ein wenig überstürzt an. Egal. Wenn ich vorstellen darf, Roxas vom Schicksal auserwählt. Äh... Aha. Okay. Wenn ihr an Fröhn hört, dass es kommt von... Badezimmer. Mhm. Hoher Freude. Ich kennst du Lern, Roxas? Waldgeist Melilli. Ja, jetzt haben wir sie auch, okay? Kapitel 3. Eisgeist. Warte, sind wir schon in Kapitel 3? Voll schnell. Es ging echt schön. Wartet. Okay, es geht weiter. Der Eisling aus den Tiefen wird eine niederträchtigen Abkömmling freisetzen. Der Meister des Buches wird gepriesen werden. Oh, ich werde gepriesen. Super. Und, kommt noch was? Ähm... Anscheinend wohl nicht. Haarschmuck? Okay, ich bin ein Mädchen, sozusagen. Haarschmuck? Was ist der Text dazu? Geschenkeffekt. Ein hübscher Haarschmuck. Können ihn auch Jungs tragen? Ähm... Nein, danke. Nein, danke. Meiner soll noch ein Hetero-Held werden. Und sein. Und kein Gaylord oder so. Okay. Oder Rampo, oder? Warte, soll ich ein Rampo geben? Oder geht das nicht? Hm, okay. Hier gibt es dann wohl nichts mehr. Da gehe ich mal raus. Und gucke mir die Gegend mal an. Nie, 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 nie. Ich habe irgendwie geahnt, dass jetzt irgendwas kommt. Hier, hier, wer war das? Was war das? Äh... Goldene Ingwas? Heuschrecken? Was zur Hölle ist jetzt los? Die Insekten sind völlig durchgedreht. Die Käfer sind auf dem Weg in die Stadt. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Machst du dich Sorgen um die Stadt? Ja. Du bist wohl übergeschnappt. Du willst tatsächlich dahin zurück? Ich möchte auch in die Stadt sehen. Toll, und wen kümmert, was ich will? Ha, abkümmert. Wir gehen zur Stadt. Ähm, okay. Wir gehen zur Stadt. Aber erst gucken wir uns hier um mal. Hä? Wartet mal. Okay, es geht weiter. Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Okay, wo sind die scheiß Insekten, die ich nicht einscannen konnte? Da ist es. Ah, das ist wohl das Problem. Ähm, das hier hin. Und du kommst dann hier hin. Okay. Aber wollte ich das? Das weiß ich jetzt nicht. Reiche Spinne. Ja, jetzt bist du eine reiche Dämmerungsspinne. Jetzt weg mit dir. Ähm, was zur Hölle? Okay. Wo kann ich jetzt alles hin? Oh, ich kann da hin. Okay. Hä? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Hä? Ich komm davon da... Hä? Ich verstehe jetzt nix mehr. Führ dich zu Granum-Turmwald. Ähm. Okay. Yep. Was ist jetzt los? Verdammt! Warte. Laden. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Oder muss ich das nochmal machen? Ja, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Verdammt! Ich müsste früher speichern. Egal. Das kann ich ganz schnell machen. Das könnt ihr ganz schnell jetzt machen. Ist ja nicht so schwer. Oder ist auch nicht so schlimm. Ihr seht dann nochmal die Cutscene. Ihr könnt auch wegschneiden, wenn ihr wollt. Oder soll ich die schneiden? Ja. Schneid die kurz. Und wir sehen uns vor dem Baum dann. Okay. Ich hab's schnell gemacht. Und ich geh erstmal kurz runter, um diese Monster wieder einzuscannen. Verdammt! Okay, das hab ich jetzt. Und jetzt verschwinde ich wieder. Weil mir diese Monster sowieso scheißegal sind. Monster. Ich schwäch die jetzt mal. Wo war das jetzt? Bestie. Nix. 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 Wo sind jetzt diese komischen Spinnen? Hä? Also da. Geh hier. Hm. Das dann hier. Hm. Okay. Das dann hier. Komm schon. So. Nein, das bringt nichts. Verdammt. Okay. Ach, f*** dich ins Knie. Das kommt dann hier rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.